was ist denn hier unten okay jetzt bin ich wieder hier zwei mal nicht gut nicht gut nein ich zu hauen knapp was hinter der mich bekommen so so viele wege ja verdammter mist okay das ist das hier da können wir runter genau das hätte hier nichts gebracht das heißt wir müssen darüber springen okay und was ist hier geburtstagsparty geburtstagsparty überraschung schön und hier schade ist enttäuschend keine überraschungsparty so tschüss an die ganze herde haben die hier gezüchtet interessant so schnell machen platt nein auch mann das war unnötig blödes vier okay da ist was zum lesen hier gibt es eine karte der gesamten anlage ach was okay gleich mal abschreiben so hat er gemacht in einer sekunde ist ein super magier geht es können wir nicht zerstören das können wir zerstören dieser stein sieht brüchig aus ja mach diese ästliche textur weg na los mach es kaputt das png bild mach es kaputt na los gut weg damit schön drücken will so ich muss alles drücken und berühren hat das geöffnet wie es aussieht können wir nix tun können wir auch nix tun ist auch nix okay können wir auch nix tun okay eine brücke anti magiekristal wie es aussieht magie wirkt hier nicht hab es mir gedacht das heißt irgendwie mit bogen wir haben keine levitation wir haben keine magie zu aber wo ist denn hier die winde oder müssen wir das da treffen das da oder ist sie da hinten ich sehe hier nix ist da etwas nein da ist nix wo sind hier die winde okay keine ahnung wo die winde ach was ist das denn keine drohe aber ich glaube wir müssen was hier oben machen weil wir hier rauf können ich glaube das hier ist nicht zum spaß hier damit es schön aussieht aber wo ist denn hier die winde oder ein schalter oder sonst irgendwas ich sehe hier nix gar nix gar nix hm da unten auch nicht okay muss ich hier noch was anderes tun vorher dieser kristall strahlt eine seltsame macht aus können wir die abschießen schade fliegt einfach hindurch es könnte sein dass wir hier noch zu früh sind haben vielleicht etwas bestimmtes nicht gemacht okay und da brüllen auch noch welche das heißt hier könnten noch ein paar Viecher sein okay da kommen wir hier hoch gut okay dafür ist es da ja macht sinn so und das sollte deaktiviert sein gut das ist noch an was wird da rein gerannt ok hier ist kein nautilus loch ok ok das war nur für die steinplatte hm ist denn hier ein schalter oder sowas unter der träger hm ok und hier das auch wieder hier das da Magie wirkt hier nicht genau dann spring um dein leben gut vielleicht ist hier etwas und Magie wirkt hier nicht natürlich ja diese scheiß Dinger toll jetzt geht das wieder los können es leider nicht einsetzen hier ja ja diese kombo alles klar schlösser öffnen ja geil so also entschuldigung ok entschuldigung akzeptiert dafür dass wir das hier nicht nutzen dürfen haben wir das bekommen denn hat er die truhe schuldgefühle kann er verstehen kann er verstehen so wie kommen wir jetzt hier weiter hm ist denn vielleicht hier etwas ein knopf oder sowas ok noch mehr untote aber dann sollten die Priester noch leben oder nicht dann sollten die Priester auch noch als untote hier sein hey der Schwert ist weggeflogen nein wo bist du hin Schwert Schwert nein wo bist du hin Schwert wo bist du hingeflogen ach man das ist wertvoll das kann ich verkaufen aber du bist doch scheiße nur damit ich es nicht bekomme so ein Spuck auf dich blöder Sack du schmeisst einfach sein Schwert weg damit ich es nicht bekomme ja so ein Penner ok hat geklappt oh das wird weh tun ja das wird weh tun so ja danke dass du gewartet hast was aber nicht na falscher Knopf Mist falscher Knopf muss ich erst wieder lernen dass der jetzt bei 7 ist so viel saufen ha ok Geburtstagsparty Überraschung yay danke happy birthday so happy death day ok ok dann sind wir wieder schön mit denen die wissen was gut ist sorge die nicht die hier nicht ja und wie so das hätten wir ha ah es ist erstmal öffne dich so starke magische Heilung ja geil so das hätten wir ja koch mach ich öffnen ha so viele Dinge die wir nicht öffnen können Dann das hier mitnehmen für die Sammlung. So, dankeschön. Okay, und hier ist der Stampfer. Können wir jetzt hier beides deaktivieren? Das da ist deaktiviert, okay, aber das da nicht. Okay, das kann man nicht deaktivieren. Aber was hat das Ganze hier dann für einen Sinn? Okay, ich verstehe diese Anlage hier nicht. Dann war das alles hier noch für Loot. Mehr nicht. Hä, aber wie geht es dann hier weiter? Wie geht es dann weiter? Hier war nichts mehr. Okay, ich bin verwirrt. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Okay, toll. Hier haben wir nichts gefunden, was uns weiterbringt. Rein gar nichts. Hier ist auch kein Schalter oder sowas. Das kann man nicht öffnen. Hier ist sonst nichts. Und das Ding ist immer noch da. Okay, wie kommen wir da jetzt raus? Hui. Okay, das hätten wir geschafft. Dann müssen wir nochmal runter. Irgendwo hier muss es weitergehen. Kamera, komm schon. Irgendwo, irgendwie. Irgendwas. Okay, was habe ich hier übersehen? Was sehe ich ja nicht. Und hier brüllen noch Leute rum. Das habe ich gedrückt. Oder was passiert, wenn ich das nochmal drücke? Öffnet sich das andere? Ah, okay, habe ich es doch gewusst. Erst jetzt. So ein Rätsel ist das. Öffnet dies und das. Okay, dann muss es hier weitergehen. Lass mich durch hier. Ich muss hier... ...das da finden, was auch immer hier ist. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Ich habe schon viel Zeit verloren. Weil ich hier nicht weiter wusste. So viel Zeit. So viel Zeit. Okay. Was willst du hier so rum? Schnauze. Jetzt hätten wir 10 Punkte. Okay. Und was öffnet das? Was hat das aufgemacht? Die Brücke? Oder was? Sehen wir den gleich. Das sehen wir gleich. Und was ist hier? Okay. Können wir nicht öffnen. Okay. Pflanzen. Interessant. Interessant. Ah. Hier können wir es treffen. Alles klar. Na komm. Triff. Dankeschön. Das haben wir geschafft. Magischer Pfeil. Regelt. Ist stark genug, um das herunterzudrehen. Gut. Aber hier sind Viecher. Ah. Okay. Wollte schon fragen, wie kommen wir zu denen? Okay. Aber dann will ich mal kurz was testen. Ich will ja kurz was testen. Ich glaube, die... Kurz speichern. Ich glaube, die greifen die Nautilus an, oder nicht? War es nicht so? Ich habe es so in Erinnerung. Dass sie die Nautilus immer angegriffen haben. Aber sieht nicht so aus. Hm. Okay. Das sind drei. Ach. Komm ich hier nicht mehr hoch. Ernsthaft. Shit. Ich bin gefangen. Nicht gut. Ja. Shit. Was jetzt? Ah. Das wird übel. Ich komme nicht mehr da hoch. Shit. Und das ist auch nichts mehr. Drei Typen sind hier. Autsch, Autsch, Autsch. Schnell saufen. Geht einmal los. Drei untote Krieger. Ah. Das tut weh. Ach man. Ja. Das sind zu viele. Hm. Okay. Ich muss es anders tun. Ich muss es anders tun. Gut. Haben wir hier gespeichert. Ah. Na los. Schneller. Nicht nacken. Hier. Kein Nackenzeug tun. Das kostet Zeit. Nicht genug Mana. Warum nicht genug Mana? Leck mich. Blöder Sack. Okay. Das hätten wir. Toll. Da muss ich erst mal hier den Nacken entspannen und so. Braucht tausend Jahre. Alles klar. Während er angegriffen wird. Das ist echt ein komischer Typ Mist. Falsche Taste gedrückt. Verdammt. Okay. Mit rechten Maustasten kann man das abbrechen. Gut zu wissen. So. Richtig toll. Du du du. Nö nö nö. Immer schön da mit. So. Okay. Was ist hier drin? Gold. Titanenbogen. Oh. Die nächste Titanenwaffe. Schön. Nice. Ja. Das nutze ich gerne. Nein. Wir haben 69 Geschicklichkeit. Ha. Okay. Witzig. Na gut. Das ist eh unwichtig. Wäre Luxus gewesen. Aber wenn es nicht geht. Dann geht es nicht. Okay. Und jetzt das hier. Jetzt sollte es klappen. Wir haben hier schöne Deckung. Wir haben schöne Deckung. Ich hab nicht mehr genug Masken. Ich muss saufen. Und das gibt uns Deckung hier. So. Vergiss es. Puh. So haben wir es geschafft. Schön mit Taktik. So. Okay. Das hätten wir. Gut. Schön. Und das sind wieder große Pilze. Da hätte der Jürgensen Freude. Wenn er hier wäre. Aber der hätte eh nicht so lange überlebt. Tja. Kein bisschen hätte er das. Oh cool. Ja. Müssen immer noch schmieden. Sobald wir eine leere Schmiede finden. Die wir nutzen dürfen. Mehr ist nicht zu holen. So. Das können wir nachts bei der Vulkanfestung tun. Gut. So. Das hätten wir. Fahr mal saufen. Immer noch 10. Gehen. Okay. Und was ist hier? Ah. Das ist das hier. Zwei Wege. Hm. Interessant. Okay. Das hätten wir. Das hätten wir. Geh schön runter. So. Dann können wir jetzt hier weitermachen. So. Gut. Hätte mir das gelöst. Mit. Ein bisschen ausprobieren. Auch jetzt ist das aufgegangen. Oder? Na sieht so aus. Äh. Aber das können wir nicht überwinden. Hm. Ich glaube ich habe gerade ein anderes Gerücht im Kopf. Dass man die Fallen hier. Als Nautilus umgehen kann. Muss ich mal testen. Geht das so? Okay. Es funktioniert. Es funktioniert nicht. Okay. Was hat mich jetzt hier getötet? Hä? Äh. Hä? Okay. Was im Teufel. Okay. Also rein theoretisch muss das klappen. Als Nautilus. Das muss doch gehen. Es würde sonst keinen Sinn machen, wie das nicht gehen würde. Ob irgendwie wurden wir erwischt. Obwohl wir weit von der Stachen entfernt waren. Wurden wir erwischt. Okay. Leck mich spiel. Du kannst mich mal da und logisch ein Stück Scheiße. Na gut. Was auch immer da hinten ist. Keine Ahnung. Wir werden es wohl nie herausfinden. Den. So. Okay. So. Und was jetzt? Ein Ring. Und was macht das? Mach das da auf. Okay. Okay. Und hier müssen wir springen. Spring. Gut. Na zum Glück kann er so weit springen. Okay. Und hier können wir das da öffnen. Gut. Dann machen wir das. So. Falls wir uns zurückziehen müssen. Okay. Ist das was anderes. Hm. Okay. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Was habe ich jetzt wieder geöffnet? Hier. Hm. Keine Ahnung. Okay. Und was ist hier? Überraschung. Oh. Schade. 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 Ein Witz. Hm. So. Okay. Ein Rubin. Schön. Oder aber vielleicht die Falle deaktiviert. Habe ich vielleicht das gemacht. Und ich habe eine Winde deaktiviert. Aber was bringt das? Was bringt das? Oder? Das habe ich nicht geöffnet. Was habe ich jetzt hier gemacht? Hä? Okay. Verstehe nicht was ich hier mache. Wir haben schon zwei Winde deaktiviert. Und ich habe keine Ahnung was das macht. Und ich wüsste auch nicht was das aktivieren soll hier. Denn ich glaube wir haben hier schon alles angeschaut. Bis auf diesen Scheiß hier. Da ist noch eine Winde. Okay. Aber wie können wir das da überwinden? Hä? Hä? Ja das kann ich tun. Aber es ist aus der Reichweite hier. Wie kann ich diesen Scheiß hier überwinden? Na ich fürchte wir müssen zu dieser Winde da. Und damit geht dann das da auf. Aber wie überwinden wir das? Wie können wir denn diese beschissenen Stacheln überwinden? Nautilus geht nicht. Obwohl das logisch sein sollte. Da sollten uns die Stacheln nichts tun. Wenn wir schlau sind und drum herum kriechen. Aber irgendwie werden wir trotzdem getroffen. Auch wenn die Stacheln kilometerweit entfernt ist von uns. Werden wir trotzdem erwischt. Und sonst was hätten wir hier noch? Telekinesik geht nicht. Levitation geht auch nicht. Da wird es auch aktiviert. Ein Niedersohn bringt einen Scheiß. Hä? Okay Nummer 4. Gibt einen Zaubernen und erhöht alle Rüstungswerte. Funktioniert vielleicht das? Sind wir immun? Ja natürlich nicht. Magischer Schutz am Arsch. Ach ich hab keine Ahnung. Was ist das hier für eine Scheiße? Ich mach gleich Gottmode an und renne da durch. Ich mach das hier gleich. Was ist das hier für eine Scheiße? Wie komm ich da weiter? Was zum Fick soll ich jetzt hier tun? Ist denn vielleicht hier auch so ein Nautilus Loch? Irgendwo versteckt. Okay der Stampf ist immer noch aktiv. Und sonst da drüben haben wir eigentlich nichts mehr oder? Also vielleicht wir haben da was geöffnet mit deinen Winde. Aber ich wüsste nicht was. Was können wir da denn aktiviert haben? Ich glaub das Ding ist immer noch zu. Wie es aussieht. Komm geh auf. Na das ist immer noch zu hier. Hätte sein können dass wir das da geöffnet haben. Aber ne. Hier ist auch nichts. Ach komm was willst du hier? Ich versteh es nicht. So Spiel vorbei. Ich hab keine Lust mehr. Soll wer anders die Welt reden? Okay der Spiel hat auch keine Lust mehr. Wir kommen zurück zu Rissen. Ja der Spiel hat auch keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Und ist abgehauen. Genauso wie die Götter. Hat echt keinen Bock mehr gehabt. Kann ich verstehen. Würde ich am liebsten auch tun. Aber wir haben hier noch eine Mission zu erfüllen. Ah verdammter Mist. Was müssen wir denn hier tun? Okay jetzt ist das da auf. Habe vielleicht hier irgendwas übersehen. Der Wind da haben wir geöffnet. Und hier scheint kein Nautilus Loch zu sein. Hier funktioniert die Magie nicht. Hier funktioniert sie. Okay. Aber hier ist kein Nautilus Loch. Und ein Schalter ist ja auch nicht. Okay wie zum Tafel können wir das andere überwinden. Wie soll das gehen? Hm. Na stimmt das ist auch noch. Dieses Ding da ist auch noch. Wie können wir das da öffnen? Äh. Keine Ahnung wie man das machen kann. Ich habe von so viel keine Ahnung. Hm. Was war hier nochmal? Okay das ist das hier. Gut. Dann schauen wir nochmal auf der Seite da. Und ich höre da auch immer noch einen brüllen. Aus dieser Richtung da. Oder von da. Hm. Hat sich auch von hier angehört. Okay äh. Kein Nautilus Loch. Kein Nautilus Loch. Und auch sonst. Das da haben wir aktiviert. Aber sonst ein Schalter oder sowas sehe ich ja nicht. Oder ein Ring zum Benutzen oder ein Hebel. Sehe ich ja auch nicht. Hm. Ja ich komme mir nicht so recht weiter. Hm. Hm. Ich glaube hier ist auch nichts. Okay. Hm. Das haben wir ja benutzt. Das haben wir benutzt. Aber ich habe keine Ahnung was es macht. Keine Ahnung. Was bringt das denn? Oh es ist schon wieder abgestürzt. Ernsthaft. So wir kommen zurück. Glück. Keine Ahnung was jetzt wieder passiert ist. Aber es scheint noch zu funktionieren. Okay. Phraps funktioniert noch. Das ist gut. Ja der Spiel hat echt kein Bock mehr. Äh. Genau. Ich wollte jetzt das Ding nochmal verwenden. Was genau hat das hier gemacht? Was machst du denn? Das würde ich gerne herausfinden. So was hat sich jetzt verändert? Was hat sich verändert? Hm. Ich habe keine Ahnung was der macht. Ich glaube diese Wand hier sieht seltsam aus. Was am Teufel macht denn diese Winde? Okay. Okay. Okay das ist noch aktiv. Das wollte ich hören. Der ist noch aktiv. Okay. Aber. Hä? Na gut. Ich habe jetzt das wieder deaktiviert. Aber ist das was Gutes? Hm. Keine Ahnung. Okay fange ich wirklich gleich an zu cheaten. Ich fange wirklich gleich an zu cheaten. Was zum Teufel? Wie komme ich hier ran? Da ist der Hebel um es zu deaktivieren. Aber. Moment ist da oben vielleicht ein. Moment. Ich habe eine Idee. Vielleicht aktiviert diese Winde. Eine Falltür. Und wir müssen irgendwie da rüber gelangen. Und dann so runter. Wäre jetzt das einzige was mir einfällt. So. Schauen. Und falls ich hier nicht weiter komme. Dann werde ich voll cheaten müssen. So. Denn ich weiß wie. Und ich kann es auch einsetzen. Wenn es sein muss. So. Stimmt. Ist es irgendein unlogischer Scheiß hier. Was man tun. Oder sehen. Oder was auch immer. Machen muss. Tja. Würde ich dem Spiel zutrauen. Okay. Wir haben das wieder aktiviert. Dann. Wieder einmal nach oben gehen. Mal schauen. Haben wir hier eine Falltür aktiviert. Das ist es nicht. Nö. Vielleicht hier. Ich glaube irgendwo hier. Könnten wir direkt darüber sein. Vielleicht hier. Na los. Geh auf. Sieht nicht so aus. Okay. Was zum Teufel willst du denn hier. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht was er hier will. Was haben die denn hier geplant. Was man tun soll. Hä. Es gibt hier gar nichts. Kein Nautilus Loch. Keine Schalt oder sowas. Da drüben war ja auch nichts. Hä. Ach okay. Leck mich. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Und zu studieren. Und keine Ahnung. Wir machen es jetzt anders. Ich habe keine Lust mehr. Keine Ahnung was der hier will. Ich habe keine Ahnung. Aber. Wenn wir das Spiel uns verarschen will. Dann verarschen wir zurück. Und ich weiß auch wie. Das ist ganz einfach. Haha. Okay. Es hat geklappt. Müssen wir mehrmals versuchen. Und jetzt hier. Tja. Die Cheater-Konsole. Wir sind Gott. Wir sind Gott. Da hast du. Okay. Bolzen. Soll doch hier was abschießen. Moment. Okay. Warte. Ich habe keine Ahnung wie man das hier überwinden soll. Ach egal. Wir sind Gott. So. Da hast du. Scheiß Ding. Und es ist deaktiviert. Schön. So. Wieder deaktivieren. Und tschüss. Die Konsole war nie da. Die Götter wollen, dass wir hier weiterkommen. Und haben uns geholfen. Auch wenn sie abgehauen sind. Sie haben uns unterstützt. So. Wir sollen die Welt retten. Haben die uns gesagt. So. Und hat noch keine Lust mehr zuzuschauen. Wie wir hier. Nicht weiterkommen. Schön. Das sind nette Götter. Okay. Jetzt sollte es gehen. Jetzt sollte es gehen hier. Genau. Dieser Scheiß ist jetzt auf. Dieser Scheiß ist jetzt auf. Gut. Halt's Maul. Ich muss mich abreagieren. Die ganzen Frust loswerden. Ich muss es tun. Na Schnauze. Ich muss es tun. Hör auf zu jammern. So. Ich habe auch meine Probleme. Und jammer nicht rum. So. Gut. Können weitermachen. Wir können weitermachen. Okay. Können wir ja durchbrechen. Ein Rüstungsteil. Cool. Neu Schmieden. Ohoho. Titanenarmbrust. Okay. Das können wir nutzen. Nice. Eins von fünf. Geil. Wir haben eins. Wir haben eins geschafft. Dieser Stein sieht brüchig aus. Eins haben wir durchgespielt. Schön. Wir haben uns. Gut. Dann hätten wir diesen Scheiß. Ich werde es nachher nachgucken. Was man da tun musste. Aber falls wer von euch schon wusste, was man da tun muss. Kann mich ja mal erleuchten. Und verraten, was man da tun musste. Was ich übersehen habe. So. Es würde mich schon wundern, was zum Teufel ich da übersehen habe. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir können gehen. Das war Ruine Nummer eins. So. Okay. Sekunde. Nein, es reicht nicht aus. Okay. Dann halt so. geschafft, 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 geschafft. Komm, geh runter. Geh runter, na los. Äh, wo hier? Wo muss ich hin? Ist hier die Abkürzung? Na gut. So, wir haben es geschafft. Diesen Scheiß. Jetzt nicht festpacken hier. Lass den Scheiß. Oh, wir haben es geschafft. Oh, der Shit hat das lange gedauert. Und noch länger, wenn ich noch weiter da rumprobiert hätte. Noch viel länger hätte das gedauert. Verdammt. Da bist du ja endlich. Warum hat das denn so lange gedauert? Ja, sorry. Na ja, jetzt bist du ja da. Und? Warst du erfolgreich? Ja. Ich habe gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe. Wirklich? Was ist das denn? Ein Teil des Rüstzeugs, eines mächtigen Kriegers. Aus längst vergangenen Tagen. Aha. Und was ist an dem alten Kram so wichtig? Es wird mir hoffentlich gegen das Übel helfen, das aus dem Vulkan auszubrechen versucht. Aber es ist ja nur ein Teil einer Rüstung. Wie willst du das Ding wieder ganz bekommen? Ich werde zu Eldrick, den Druiden, gehen. Er hat mir schon mal geholfen, etwas zu reparieren. So, so. Eldrick. Na ja. Du scheinst ja zu wissen, was du tust. Ja. In Ordnung. Ich gehe dann mal die Welt retten. Das kannst du am besten. Und wenn du damit fertig bist, hauen wir hier ab, ja? Du meinst, ich soll dir helfen, den restlichen Kram deines Vaters zu finden? Vielleicht. Es würde sich für dich lohnen. Ja. Da bin ich mir sicher. Ich muss erst mal das Debakel da unten im Vulkantempel überleben. Dann können wir weiterreden. Ja, das will ich auch hoffen. Denn sonst, na ja. Ja. Ach nichts. Komm einfach wieder, okay? Ich muss jetzt gehen. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du... Viel Glück, mein Held. Alles klar, Patty. Na, wir sehen uns. Wird doch ein schönes Abenteuer. Tja, na, ich habe schon verstanden, Patty. Okay. Das wird schön. Bei Riesen 2. Vielleicht, wenn wir ihr helfen und so. Ja.